Ja, hallo liebe VRW-Mädels. Ich habe schon vor zwei Wochen das Kuvert hier bekommen. Da sollte mein Guardian-T-Shirt drin sein und die Urkunde. Und ich werde die jetzt live aufmachen. Please do not burn. Obwohl ich noch gar nicht teilgenommen habe. Piston Girls mit ihrem Merchandising. Jetzt das Allerwichtigste. Das Guardian-T-Shirt. Cool. Und das dürfte von der Größe auch sehr gut passen.